Jetzt ließ er nicht mehr locker, bis alle Rätsel gelöst und alle Geheimnisse aufgeklärt waren. Gleich am nächsten Morgen rief er den wirklich geheimen Oberregierungsrat von Rundsterz an und ein paar Minuten später saßen wir auch schon im Büro des Herrn. Wir hatten es nicht weit gehabt. Das Reichsschatzamt liegt am Wilhelmplatz, dem Hotel Kaiserhof direkt gegenüber. Also, wie gesagt, meine Herren, Ulkisch Hose, eingebrochen hier, in diesem Büro, aber nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.